Zmri-Teams Ein Ziel Volero Zürich steht in den Viertelfinals der Volleyball Champions League und trifft auf den türkischen Top-Club Isarjibazi Istanbul. Gegen die Türkinnen weisen die Schweizer Meisterinnen eine ausgeglichene Bilanz vor. Isarjibazi Vitra Istanbul gegen Volero Zürich Heute 16.25 Uhr live im SSF Die CV Dennis Bank Volleyball Champions League wird Ihnen präsentiert von SEAT Der United Volleyball Foundation Und der Eventcord AG